Ja, ich habe ja schon vorher mit dem einen oder anderen geschrieben, von dem her, ich wusste ja auch, dass Darmstadt hier wieder anreist und ja, vorher war in dem Sinn dann schon ein Stück weit auch mit Planung dabei, aber natürlich freue ich mich, gerade weil ich die Jungs jetzt auch zum größten Teil ein halbes Jahr nicht gesehen habe. Eintouch ein bisschen öfter, könnte schon wieder ein bisschen weniger sein, aber ne, Spaß beiseite, Freude ist natürlich groß. Ich freue mich natürlich immer alte, bekannte Gesichter zu sehen und es macht natürlich Spaß, die andere Perspektive ein Stück weit zu erkennen. Bei uns war schon viel Taktik dabei, aber eben auch kombiniert mit Laufintensität und ich glaube, Dirk Schuster und sein Trainerteam ist schon dafür bekannt, dass das Team nie müde ist und von dem her werden sie genug dafür tun und ich glaube, Darmstadt steht da, wo sie nicht hingehören. Ich glaube, sie hätten in der Hinrunde nicht oft das Spielglück auf ihrer Seite, wovon man immer spricht. Haben natürlich, so wie ich es aus der Ferne sehen konnte, auch nicht immer ihre bestmögliche Performance abrufen können und jetzt hoffe ich einfach, dass sie in der Rückrunde Gas geben. Ich glaube, dass ein neuer Schub jetzt durch die Truppe geht und wünsche ihnen natürlich da, dass sie schnellstmöglich unten wegkommen und dann einfach eine gute Rolle spielen in der zweiten Liga. Bis zum nächsten Mal.